Gott braucht dich. Jeder Mensch hat eine besondere Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Kirchen zu bauen. Mein Name ist Bernhard Thoma, darf den Kongress mit organisieren und an diesem Live-Kongress möchte ich gerne die Geschichte von Kirchen für den Osten erzählen. Wir durften mit über 500 Freiwilligenhelfern, 32 Kirchen vom Nordkap bis zum Äquator bauen. Sei mit dabei!